Schalom, ihr Lieben! Gelobt sei Jesus, der Christus, in alle Ewigkeit. Amen. Mit dem vergangenen Livestream, dem ersten, vom 31.12.2022, hat der Herr einen wunderbaren Abschluss des vergangenen Jahres geschenkt, wo auch noch einmal so ziemlich alles an- und ausgesprochen wurde, was uns bewegt. Und dafür bin ich dem Herrn sehr dankbar. Diesen Stream werde ich unten nochmals verlinken, da nun auch die verschiedenen Themen in Kapitel abrufbar sind. Mit diesem Video hier möchte ich euch lediglich mitteilen, dass nun im Januar, so Gott will und wir leben werden, erst einmal eine Art Sendepause auf diesem Kanal herrschen wird, es also in dieser Zeit keine weiteren Videos geben wird. Dies liegt einfach daran, dass ich ununterbrochen seit Jahren an diesem Ding, diesem Rechner hier sitze, Tag ein, Tag aus. Ehemals beruflich, anschließend dann noch privat zu Hause bis tief in die Nacht. Und dies seit Jahren. So, dass ich gehört habe, dies einfach mal ruhen zu lassen für eine ungewisse Zeit. Es ist ja von uns auch alles gesagt worden, mehrfach in allen Variationen und Perspektiven. Davon abgesehen, gibt es auf diesem Kanal mittlerweile über 300 Videos. Der Inhalt und die Botschaft sind unmissverständlich deutlich und klar. Doch was noch viel wichtiger ist, der Herr hat uns seinen gesamten Ratschluss durch sein Wort offenbart. Durch die Bibel, in der ein jeder prüfen kann und sollte, dem etwas an seinem Seelenheil liegt, was der Wille des Herrn ist. Da er uns ja an alle Wahrheit leiten will, sofern wir ihn von ganzem Herzen suchen. Die Kontaktmöglichkeiten über Telefon und Mail bestehen ja weiterhin. Von daher euch alles Gute und gottesreichen Segen in dem Namen, der über alle Namen ist, Jesus, den Christus. Amen. Maranatha.